Musik Vielen Dank. Aber das ist nicht so wenig. Das reicht mir. Dann hast du das Schild nicht gelesen, nicht mehr als fünf Personen. Und von uns das hat nur drei. Die Klara ist gleich runtergerannt. Wohohoho! Ah, ja, danke. Rufenfoto. Achtung, kommt nach vorne, Frau Jakobi. Danke, wunderbar. Danke, danke. Können Sie ran toren? Ja, fahren Sie mal. Das wird ausgewaschen, da ist jetzt sehr wenig Wasser. Aber ich könnte mir vorstellen, man könnte auch mit dem Wasser da oben rein ausspülen. Aber es könnte auch noch weiteres sein, im Winter, dass da nicht mehr Fahrer an Waffe ist. Ich weiß nicht, dass das noch nicht stimmt. Weil das hier ist sehr schön. Da muss man vielleicht weg und wieder ab und los sein. Ja, ja. Da sind große Fälle zu machen. Ja, ja. Ich muss den Fahrer mal fragen, ob er weiß, was die Fahrer gesagt hat. Was denn? Ich bin der nächste. Ich brauche jetzt wieder einmal ein bisschen meditative Musik. Bist du einmal zum spüren? Ja, ich bin der Frager. Ich frage die Fahrer malen? Das Wasser ist wirklich unglaublich, ja, und das ist doch alles fett und alles so hart. Sehen Sie da unten diese rote Kabel hängen? Moment. Echt? Hängt da so eine rote? Okay, gut. Sehen Sie das? Ja. Das sind so Klammschwimmer. Okay. Die lassen sich rein mit Helm und entsprechender Kleidung, gehen hier ins Wasser, bringen hier unten rein. Das sind so sogenannte Klammschwimmer. Aber das ist nicht ungefährlich. Oh ja. Oh ja. Aber deswegen hängen diese Kabel da. Okay. Oh ja. Das ist nicht passt. Ich glaube, dass du da oder da bist. Nein? Ja. Ok. Ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.